Willst du da jetzt auch noch rein? Oder willst du dich wieder krabbeln? Sag mal! Frida, hast du dich da jetzt russisch eingerichtet oder was? Ja richtig, wir müssen die Birne einziehen. Du Dussel. Klatsch. Aria haut erstmal drauf. Giftswerge. Alle beide. Alle beiden seid ihr Giftswerge. Die fliegt halt gut da drin. Ziehst du die Ruhe wieder ein? Wenn du dich zumachen sollst, sag Bescheid. Ach ja, du bist ein Monster. Ja, du. Mini-Monster. Komm da raus, Schätzchen. Du hast da eh nix drin verloren. Aber irgendwie scheint die das gut zu finden. Oder hängst du irgendwie fest? Nee. Hätte mich auch gewundert. Jetzt komm mal raus da, Schätzchen. Ey. Hast du mich jetzt gerade angeknabbert, du kleines Miststück? Ja. Ihr seid beides Giftswerge. Zwerge. Hast du noch was zu sagen?